Und noch 500 zusätzlich. Ich werde dich ab heute alle 10 Wasserformen der Atmung lehren. Für mich hört sich das eher nach Folter an. Die arme Zell. Ohne deine Millenniumskette bist du nämlich machlos. Konntest du so dumm sein, das Einzige, was dich vor mir schützt, wegzugehen? Na super, sehe ich da etwas Furcht in deinen Augen? Also ehrlich, diese Seite an dir gefällt mir. Grisha, heute ist dein Sohn... ...zum Soldaten geworden. Warum sind sie nicht mit dem Rest an Bord gegangen? Helios! Ja? Die Legende von Atlantis ist die reine Wahrheit. Hör nicht auf sie, Helios! Nein, Meister Bakin! Die Aufgabe von Helios war es, die Energie von Galaxy Pegasus abzuziehen. Die eigenen Maschinen können wir uns ja leider nicht verlassen. Sieh an, sieh an. Ich hätte nie erwartet, euch hier vorzufinden. Prinz Zuko. Manchmal, Ricky, muss man dafür dankbar sein, was man hat.